Meine Lieblingsfunktion in Diamant 2020 sind die Kennzahlen mit den Werten auf diesen Kacheln, wo man alle Informationen für das tägliche Geschäft auf einen Blick hat. Wenn man die täglichen Berichte abruft, dann müsste man normalerweise jeden einzelnen Bericht aufrufen. Auf den Kennzahlen hat man sämtliche Berichte hinter den Kacheln versteckt, hat die Zahlen sofort parat und kann, wenn man mag, über diese Kacheln in die Berichte einsteigen. Diamant 2020 ist einfach frischer, intuitiver und informativer als alles das, was ich von Vorgängerversionen oder anderen Programmen her kenne. Diamant 2020 für mich in drei Worten frisch, intuitiv und informativ. Musik 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 Musik